Heute spielen wir mal Roblox, aber wir haben eine Riesenhand. Wow, komm her, Sandy! Wow, Alter, was geht ab, Vitamin? Lass mich runter, was passiert hier? Mit komm! Oh, au, 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 ich stoß mir über den Kopf gegen mich. Was geht ab, du hast einfach riesengroße Hände und was machst du mit mir? Ich würde dich steuern! Nein, alter Schwede, oh Gott, oh Gott, das kann ja heute eine wilde Fahrt mit dir werden. Und damit, hey, Freunde, schön, dass du dich eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren, wow, coolen Videos verpasst, klick einfach auf Abonnieren und drängst dann eben auf die Glocke. Und gebt dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, ihr seht, wir spielen heute mal Roblox, aber wir haben einfach eine Riesenhand. Oh, ja, was tust du mit mir? Rein da ins Haus. Alles klar, vielen Dank, okay. Hallo, ich will ins Haus, bitte, ich wohne in der zweiten Etage. Lass mich nicht denn runter, hallo? Nach oben, nach oben, ich will nach oben. Oh, ja, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Die runde vor meiner Hand! Ich bleib für immer auf deiner Hand bleiben. Guck mal, ich kann deine Hand einfach beißen, so. Hä? Au, 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 aua! Oh, Alter, guck mal, nein, das macht man nicht. Alter, guck mal, du zeigst mir den Finger. Hä? War das ein Herz? Ja. Oh Gott, ich kann durch die Herzen spiel. Och, Vitamine, danke schön, ich wusste doch immer, du magst mich. Pass auf, ich darf ja bestimmen, was heute dein Alltag ist. Ich möchte, dass du erst mal auf Toilette gehst. Warte mal, darfst du das bestimmen? Geh auf Toilette. Ja, alles klar, ja, dann lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. So, und jetzt wird erst mal Zähne geputzt. Ja, Zähne geputzt, alles klar, ich putze. Nein, 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 nicht so. Du, vorher gehst du Hände waschen. Ja, alles klar, ich geh Hände waschen. Ach so, ja, so, ja, nicht in der Toilette, Hände waschen. So, ich wasche meine Hände, so. So, ist perfekt. Zähne geputzt, alles gut, alles gut, alles gut, darf ich raus? Nee, du gehst jetzt, warte mal, ich muss mir noch kurz umgucken, du gehst jetzt noch ins Schlafzimmer gegenüber. Ja, hol mich ab, hol mich ab, ey. Hey, du kannst auf, okay, warte. Okay, ich bin im Schlafzimmer. Alles klar, ach, schön gemütlich hier. Okay, dann, wenn du sagst gemütlich, dann gefällt mir das nicht. Alles klar, alles klar, wo geht jetzt meine Reise? Jetzt geht's zum kackenden Hund. Was, zum Vitamine? Also, wir sind ja Freunde, ne, also eigentlich machen wir das... Stell dich runter, den Hund. Alles klar, ich stelle mich verdammt nochmal... Oh, Alter, was machst du mit mir? Ich, der geht runter. Alter, wie geht der? Ich will doch runter. Ja, und jetzt, ja, super. Äh, hallo Hund, es tut mir sehr leid. Ey, hä, du packst mich einfach. Ach, cool. Ja, okay. Du hast dich weggeschnipst, glaube ich. Warte mal, oh, ich hab den Hund. Oh, Alter. Ich bin mit dem Hund. Alter, der arme Hund. Da denk ich nur so, was mach ich mit meinem Leben, ey? Einfach den Hund weggelungen. Okay, schnell weg hier von den Psychopathen. Warte mal, guck mal mit. Jetzt geht's zum, äh... Nein, 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 nein. Jetzt geht's zum dicker, oh, äh, zum dicken, äh, Wilfried. Alter, Wilfried und... Oh, nein, Vitamine. Du weißt, ich bin auch gleich ein Riesen. Und alles, was du machst... Warte auf den Teller mit dir. Das wirst du püßen, auf jeden Fall. Hallöchen, Wilfried. Alter, Junge, der, Junge, der hat ein Riesen... Was? Ist der... Hä, der isst mich. Oh, Wilfried. Alter, nein, nein, ich bin... Der hat mich echt gefunden. Der hat mich wirklich gefressen. Er frisst mich einfach auf, Räum. Bist du tot? Ich bin... Ich bin in seinem Körper. Äh, ich bin, äh... Reden wir nicht drüber, von wo ich rauskam, Vitamine. Holst du mich bitte ab? Okay, warte. Ich kann... Ich kann dich nicht hochnehmen. Oh, ich hab immer noch den Hund dabei. Du musst ihn doch mal abstellen. Alles klar. Ähm, Vitamine, ich hab Hunger. Kannst du mich zur Küche bringen? Ich muss den Hund loslassen. Dann lass ich dir den Hund stehen. Ich weiß nicht, was du mit dem Hund da gemacht hast, ey. Ja, ich hab den Hund runtergelassen. Ja, das ist klar. Kannst du mal ein bisschen aufpassen. Du musst mich auch nicht direkt so packen oder so. Du kannst dich auch gefühlvoll machen. Willst du in die Mikrowelle? Ich wollte was essen eigentlich. Ach so, okay, okay. Ich hab Hunger. Ananas, die Ananas. Alles klar. Ja, du kommst... Du kommst... Oh mein Gott. Du wirst gekocht. Ja. Ja, mir ist gekocht. Ja, mir haben wir... Hä? Hä, jetzt hab ich irgendwer anders. Vitamine, hilf mir irgendein anderer. Junge, was macht ihr mit mir? Wir wollen nicht kochen. Alter Schwede, was geht dir, Freunde? Oh mein Gott, ich werd... Ich hab gesagt, ich wollte was essen und... Okay, Vitamine, ich hab Angst. Ich will weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, ja, ja. Dann befehle ich dir, reinspringen. Warte mal, ist das ein Mixer? Reinspringen. Warte mal. Wow, Alter. Alter. Kannst du den anmachen? Okay, warte mal. Ich muss gucken. Ich... Da ist ein Klopf vorne. Wow! Alter Schwede, nein! Hilfe! Lalalala, lass mich raus. Oh mein Gott. Alter, ich bin rausgegangen. Ich hab keinen Bock mehr, Vitamine. Okay, okay, okay. Willst du ein Bubble-Tee trinken? Ein Bubble-Tee, Alter. Warte mal. Ich will den trinken. Bisschen an die Strohhalm. So, gluck, gluck, gluck. Endlich mal ein bisschen chillen hier. Alter, was kannst du alles machen? Nein. Wiu, 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 wiu. Ich hab gesehen, dass du mein Bubble-Tee geklaut hast. Hä? Deswegen kommst du jetzt als Strafe ins Gefängnis. Hä? Du hast doch gesagt, ich darf den trinken. Nein, hab ich nicht gesagt. Rein da. Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Ich, 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 ins Gefängnis. Ähm, Herr Riesenhand, Vitamine. Als Schwede, fast geht ab. Wie ist es jetzt einfach? Oh, wir können sogar sprinten. Let's go. Warte mal, können wir klettern? Können wir? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey! Wir können hier rausgehen. Nein, 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 nein. Stopp. Nein, 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 nein. Was machst du da? Ähm, irgendwie. Ich hab mir das ein bisschen cooler vorgestellt. Ich weiß auch nicht, was ich hier tue. Alter, keine Chance, Freunde. Dass wir hier rauskommen aus dem Gefängnis. Hey, Officer Vitamine. Kann ich hier raus? Okay. Ich geb dir eine Chance. Warte mal, Alter. Ich hab irgendwas hier gedrückt, so. Ich hab dir irgendwas zugelassen. Alles klar. Ich glaub, jetzt kannst du alles mit mir machen. Äh, nee, jetzt kann ich gar nichts mehr mit dir machen. Oh. Let's go. Ich bin hier im Matchkommens. Ja, ich bin am gefährlichsten Kommen. Ja, krieg mich doch, krieg mich doch. So. Oh, warte, warte. Ich muss es, ich glaub, ich muss es wieder umstellen. So, let's go. Jetzt, zack. Alles klar. Oh, okay, okay, okay. Wir wollen deinen besten Salto sehen. Deswegen hab ich mir überlegt, guck mal, hier ist ein schönes Trampolin. Äh, Trampolin. Zeig mal ein Salto. Ein Trampolin, alles klar. Ein Salto wird gemacht. So, erstmal, guck mal, ich kann hier auch klettern, Vitamine. Wow. Wow. Alter, spinnen. Jo, wo ist der? Warte mal, kann ich auch springen? Warte mal, kannst du auch springen? Wow. Du bist so ein riesen Dickschädel, ey. Ich kann nicht springen, ey. Ja, du bist auch viel zu groß auf hier, ey. Let's go. Boing. Ich guck mich mal kurz um, was ich noch mit dir schönes... Warte mal, Vitamine, kannst du mich bitte abholen? Okay. Hä? Hä? Alter, Junge, was, was tust du da hinten? Hol mich ab, verdammt nochmal. Ja, okay, ich nimm die Tankstelle mit, alles klar. Alter, du sollst mich abholen und ich die tanken... Wow. Alter, spinnst du. Kann ich auch das Gefängnis mitnehmen? Warte, ich glaub, das Gefängnis kannst du nicht mitnehmen. Okay, warte mal, dann nimm halt dich mit. Ja. Alles klar, Boi, Boi. Aua, voll am Ohr gepackt, ey. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Äh, Alter, die ganze Stadt ist schon zerstört. Oh mein Gott, was passiert hier bitte, Freunde? Guckt euch das Ganze mal. Äh, hallo? Ich, du hast... Ey, du kannst dich einfach loslassen. Ich, ich, warte, so, zack. Und, Alter, ich kann hier alles zerstören. Junge, oh Gott, ich glaube, hier waren schon ein paar andere Riesen am Start. Ich glaube, jo, hier ist ein bisschen kaputt. Komm, wir essen ein bisschen was zusammen hier, ne? Ja, wir essen da mal ein bisschen was. Äh, warte mal. Oha, das ist ein Baumhaus. So, mein Baumhaus. Ich will ins Baumhaus. Los, Vitamine, Riesenhand, Vitamine. Bring mich ins Baumhaus. Und im Baumhaus musst du tanzen wie ein Affe. Tanzen wie ein Affe? Ich kann nicht tanzen. Oh Gott, Gott, Freunde. Wie soll ich dem Psychopathen entkommen? Ähm, alles klar. Ich würde sagen, tschüss. Let's go. Alter, wie klette ich so langsam hoch? Wo ist der? Äh, siehst du mich nicht? Ah, da! Oh, du denkst echt, du könntest mir, äh, abholen oder was? Äh, ich dachte, ich könnte ein bisschen schneller klettern. Aber irgendwie ist es ein bisschen peinlich geworden. Mensch, genau. Mensch, ich kletze mich leid. Äh, warte, ich kletter einfach dann ab, Alter. Okay, warte, 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 ich hab Höhenangst, ich hab Höhenangst, ne? Ja, bitteschön, da ist der Saturn. Alter, warte, 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 was ist das? Das ist der Saturn? Ich denke es. Yo, ich hab einen neuen Prop aktiviert. Galaxy. Galaxy Egg oder irgendwie sowas. Alter Schwede. Okay, Vitamine. Aber ich denke mal, du hast, der warst jetzt auf jeden Fall genug ein Riese. Ey, ich hab gesagt, du hast genug ein Riese. Jetzt drehen wir den Spieß um. Nein. Ey, wir drehen den Spieß um. Alter, Freunde, ich hab dir nicht mal gesagt, Kontrolle, den Typ. Der fliegt einfach nach vorne. Der orange Kopf, ey. Ich würde sagen, wir werden jetzt mal zur Hand. Oh, hä? Moin, Vitamine. Ah, man wird klein. Aua. Alter, was geht ab? Alter, oh mein Gott, Freunde. Wir haben jetzt einfach riesengroße Hände. Und jetzt wirst du sehen, was du davon hast. Was können wir alles machen, Vitamine? Guck mal, ich kann dir einmal zuwinken. Miau. Ich tu dir nichts, Vitamine. Okay. Komm mal nach ganz unten. Komm mal hier nach ganz unten zum Baumaus. Wir können nämlich mal schauen, was wir alles hier mit unseren Riesenhänden machen können. Guck mal, ich kann dir einfach zuwinken. Hallöschön. Na, alles klar. Was geht ab bei dir? Alles gut? Ich kann dir auch nicht zuwinken. Schade, ich kann dir nicht zuwinken. Hey, lass Vitamine in Ruhe. Irgendwer hat dich mitgenommen einfach. Au. Guck mal, dann können wir hier unsere Hände öffnen. Okay, ab geht es. Auf meine Hand drauf, Kollege. Moin, was geht's, Eddie? Moin, moin. Komm auf meine Hand drauf. Yo. Jetzt haben wir Vitamine auf der Hand drauf. Und ich würde sagen, bist du bereit für eine kleine Abgehung? Alter, das ist nämlich kein Mann. Alter, das ist mir eine Freude. Warte mal, wie können wir eigentlich runter... Können wir ganz weit unendlich, hä? Wir können unendlich weit runtertauchen, wir sind unter der Map, oder? Ja, was soll das? Also, hier kann ich wieder hoch. Vitamine, wir lernen hier deinen Geist, keine Unschade Erde. Das ist alles gut hier. Hey, hör auf wegzurennen. Du bleibst auf meiner Hand. Du hast eh keine Chance. Du musst hier bleiben. Und wir fliegen nach oben. Und fühlst du dich wie wiedergeboren wieder? Ja, ich fühl mich wie durch die Wand gelaufen. Ja, ja, ja. Das ist sehr, sehr gut. Also hat alles geklappt. Okay, dann können wir... Was können wir hier noch machen? Wir können dir zeigen. Da gehst du hin, alles klar. Du gehst jetzt hier auf die Rutsche. Siehst du die? Hä? Du bist einfach runtergefallen. Auf die Rutsche drauf. Vitamine. Komm hoch. Ich schnapp mir nicht, ich schnapp mir nicht. So, brav, schön schön. So, ab auf die Rutsche. Ja. Hast du's? Ja, du musst mich hier auf Luft lassen. Hast du's? Hast du's? Jetzt schnitt zurück, ich kann nicht raussprechen. Hallo. Ja, alles klar, ich bin doch... Ey, okay, jetzt, oder? Ey, du musst deine Hand auch mal wegmachen, Mann. Okay, 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 okay. Let's go, Freunde. So, jetzt, so. Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich da aufspringen? Jetzt, runterrutschen. Oh, Skiddy Puss. Nein, Mann. Okay, das ist sehr, sehr gut. Okay, was können wir noch machen? Nee, Vitamine, so ging das nicht. Das gibt eine Strafe, mein Freundchen. Warum nur das, ey? Dann versteck ich mich. Warte mal, was ist das hier? Okay, guck mal, ich kann ja ein Peace zeigen. Alter, kannst du hier durchspringen? Hier durch meinen Finger? Warte mal, ich... Oh, ich fang mir nicht. Du bist auf meiner Peace-Spitze drauf. Dann können wir ein Herz machen. Hä, wo bist du denn? Oh, ich bin überlaufen. Alter, okay, mal schauen. Was ist das hier? Komm her. Papa muss mit dir reden. Das wird auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen geben. Dann können wir uns hier... Wow, Alter, was ist das denn hier? Kann ich auch mal zu Wilfried? Alter, was ist das denn? Nee, 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 du gehst nicht zu Wilfried. Du hast uns hier den Parcours. Das ist schon Frontparcours. Warte mal, wir skippen den Parcours, alles klar. Oh, keiner, ey. Was ist das hier? Wow, Alter, guck mal. Zug ist hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Was geht... Was geht da? Kann ich zum Ende des Parcours bitte? Nee, zum Ende des Parcours. Alles klar, natürlich. So, einfach hier nach oben. Das will ich einsammeln. Warte mal. Oh, okay, okay, Vitamina. Du musst bis hier, okay? Von hier aus musst du es alleine schaffen. Ja, okay, warte, warte, warte. Lass mich alleine jetzt. Okay, 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 let's go, let's go. Wird es schaffen, Freunde. Vitamina. Okay, da ist das Ziel. Ich zeige genau drauf. Da hinten ist das Ziel. Oh, oh, nein. Welche Farbe ist die richtige? Oh, 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 oh. Was? Oh, er hat es geschafft. Ich glaube es nicht. Let's go. Sehr, sehr gute Arbeit. Aber ich würde sagen, das gibt trotzdem eine Strafe. Kommen Sie mit. Warum denn? Ja, weil du die ganze Parcours geskippt hast. Das war nur eine Probe. Oh, nein. Ich wollte gucken, ob du schummelst. Aber, Freunde. Das ist eine Toilette. Ich will ins Klo. Warte mal, wo ist... Oh, mein Gott, da ist... Du willst ins Klo? Äh, ja. Oder ich will in den Laptop. Nichts leichter wie das, Kollege. Aber, Freunde. Einen Moment, warte mal. Ich glaube, es gibt hier links... Ah, oh, mein Gott. Alter, weißt du, was es noch alles gibt? Ja, es gibt verschiedene Sachen. Ja, ja, ja. Es gibt noch richtig viele verschiedene Sachen, die wir ausrüsten können. Okay, ich rüste mal ein paar Sachen aus, okay? Okay. Schauen wir, was ich noch machen kann. Bla, 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 bla. Das machst du, wenn du so viel gehst. Vor allem wieder die ganze... Okay, okay. Dann kann ich hier so... Uh, so ein bisschen tippen hier auf der Tastatur. Oder ich kann auf der... Hier drauf tippen. Warte mal, ich kann seinen Kopf kraulen hier von dem. Ihhh, da ist Müll drinne. Oder, oder, ja, ja. Ich kraul seinen Kopf. So, ja, ja, ja. Eine schöne Kopfmassage. Gefällt es Ihnen? Wilfried, wird uns bestimmt sehr gefallen. Was ist das hier? Breakdance? Jo, ich kann einfach Breakdance machen mit meiner Tarte. Und du wirst die ganze Zeit hier hin und her katapuliert. Kaputte Finger und... Aua. Alles klar, dann können wir hier... Tschüss, Vitamine. Weißt du, wieso? Tschüss. Du gehst nämlich jetzt hier... Ab in die Toilette. Ja, ha, ha. Ich hab einen Fisch gefunden. Was ist denn? Was ist denn? Ein Fisch? Hä? Hallo? Da sind wir ein Fisch drin. Hier ist ein Fisch einfach drin. Wo ist das denn alles? Okay, okay. Komm, komm. Oh nein. Kannst du wieder irgendwie zu mir? Ich muss hier irgendwie raus, oder? Oh Gott, oh Gott. Alles klar. Komm her, komm her, komm her. Ich kann hier nicht mehr raus. Hallo. Alles klar. Warte, ich muss mir nicht abholen. Vitamine, so, wo machen wir das? Items, äh, wie, wie ist das Ganze nochmal zum abholen? Komm her, so, da. Raus, komm. Haben wir dich aus der Toilette raus. Boah, du bist ja dreckig geworden. Ich würde sagen, ab geht es. Erstmal eine kleine Dusche machen hier. Ja, aber kannst du ein bisschen Wärme machen? Es ist eiskalt. Nee, warte mal. Ja, ja, Wärme, alles klar, Freunde. Wir machen jetzt einfach mal 80 Grad und irgendwie sowas. So, let's go. Oh, 80 Grad heiß. Wo fährst du, Alter? Du ertrinkst, du sollst baden, Alter. Das ist ja ein bisschen zu groß, die Badewanne, ne? Ja, die ist tatsächlich... Warte, wo bist du so hart? Ich habe einen Plan. Was ist das, Delfin? Alter, guck mal, Delfin kann ich machen. Alter, guck mal drauf, da mach ich einen Delfin. Okay, warte. Wo bist du, wo bist du? Äh, bist du das? Ich bin runtergesprungen. Alter, Vitamine. Ey, bleib stehen. Hab ich dir erlaubt runterzuspringen? Oh, nein. Oh, ja. Wo geht's denn? Und jetzt, guck mal, Delfin, guck mal. Oh, ja, das ist cool. Warte mal, wir können einfach so ein Surfbrett machen, weißt du. Alter, yo. Let's go. Und ab geht es. Ich schwimme die Welt lang. Oh, ja, einfach so ein Surfbrett. Okay, das ist lustig. Und ab geht es und dann ganz, ganz um. Okay, okay, mal schauen. Wo gehen wir jetzt hin? Alter, was macht die denn da? Die hat den Müll einfach in die Toilette geschmissen. Iiii, Mann, das stinkt übel. Du gehst jetzt ab. Oh, Alter, die füttert einfach Opa Joe. Ne, wie hieß der Nummer? Wilfried. Wilfried, achso, hier, Wilfried. Hey, ich will nicht gefressen werden. Warte, ja, friss. Alter, Junge, der sieht ein bisschen gruselig aus, von da. Wie sieht der da aus, Freunde? Was machst du mit mir? Guck mal, hier unten war ich. Siehst du das? Ich sehe gar nichts mehr. Mir ist alles verschwam. Ich sehe nur schwarz. Alter, ich will sagen, oh mein Gott, ab geht es, Vitamine, in den Müll mit dir. Tschüss. Oh, iiii, hier stinkt es. Hier geht, hier geht einfach hier Müll. Okay, Freunde, was können wir noch machen? Du hast gesagt, es gibt verschiedene Props, gibt es hier. Oh, ja, ich glaube, du kannst da ein paar Sachen auswählen. Alter, ah, Freunde, ihr seht jetzt, wir spielen seit 19 Minuten. So, bei 10 Minuten gibt es noch was. 12 Minuten, Alter, wir können ja richtig viele Sachen anlocken, ne? Und, äh, aktivier mal eins. Warte mal, ich habe Schwein aktiviert, glaube ich. Ich habe Schwein aktiviert. Wow, Breakdance mache ich. Hä, nee, warte mal, Freunde, Options, Items, ausrüsten. Ist irgendwas anders? Ah, wir können jetzt hier verschiedene Sachen ausrüsten. Oh, mein Gott, hier eine Mülleimer und so. Oder ein Schwein können wir ausrüsten. Und es gibt sogar, ah, verschiedene Hände. Die können wir mit Diamanten kaufen. Oh, mein Gott, 300 Diamanten. Können wir eine Block, Blockyhands? Warte mal, was haben wir jetzt? Alter, sehen meine Hände ein bisschen anders aus? Äh, ich sage dir mal so, ich bin weggerannt von dir. Warte mal, Vitamine, wenn ich dich kriege. Ah, such mich. Ich suche dich auch. Guck mal, was siehst du mich hier? Ja, ich sehe dich. Oh, du hast geklappt. Ja, 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 ja. Äh, jetzt würden wir schon... Warte mal, bist du das hier? Ich bin bei meinem Freund im Schweinchen. Ich kann sogar schießen. Hey, wo bist du, Vitamine? Hey, hast du Vitamine gesehen? Ich bin bei meinem Freund, der Seerobbe. Der Seerobbe? Alter Schwede, warte mal, Freunde. Können wir das Baby hier nehmen? Alter, was war das Baby? Das Baby wird einfach gegessen von dem. Alter, bei der Seerobbe bist du das... Also, ich war bei einer Seerobbe. Jetzt bin ich bei Doggo, dem Hund. Da bist du. Oh mein Gott, Vitamine und stillgeblieben. Peck, peck, peck. Wenn ich dich kriege, komm her, Kollege. Das ist Hundi, der Hundi. Nee, nee, nee. Du wirst jetzt auf jeden Fall... Ey, was will der denn? Aber kann ich meine Pistole... Wow, auch, Alter, in der Hand halten, oder? Was ist das denn? Jo, willst du ein bisschen Geld haben? Nee, gerade nicht. Willst du Mülleimer haben? Ja. Willst du Schwein haben? Ja, Schwein ist auch cool. Einfach so ein Schwein. Alter, Optionen, warte mal. Es gibt sogar noch mehr Sachen, die wir uns hier... Oh mein Gott, richtig viele Hände, die wir uns freischalten können. Props gibt es hier. Für 20 Minuten können wir uns ein Gewicht freischalten. Ah, ich bin runtergefallen. Warte mal, ey. Wie, 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 du bist runter? Ey, bleib hier, Kollege. So, hab ich dich. Let's go, Freunde. Oh mein Gott. Und da sind wir jetzt in der Küche angekommen. Warte mal, kann ich dich jetzt auf den Herd oder sowas machen? Hier, erstmal hier ein bisschen duschen, würde ich sagen. Ab geht es hier rein. Wir können hier noch sogar... Oh mein Gott, noch ein paar Sachen auf jeden Fall hier aktivieren. Mal schauen, was hier noch gibt. Powersnap gibt es noch. Und L. Alles klar. Mal schauen. Oh mein Gott, Vitamine. Komm her. Oh mein Gott, siehst du das? Yo, ich bin richtig auf Stress aus. Oh mein Gott, ja. Jetzt bin ich in der Faust. Oh, du musst jetzt in meiner Faust reden. Oder hier. Ready to fight. Ey, komm her, komm her. Ich mach dich. Wow. Fertig. Alter, ich hab dich zerquetscht, ne? Warte, kann ich dich... Wow. Einfach zerquetschen. Wow. Alter, was passiert hier? Ja, 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 ja. Einfach am Dancen. Oder den Powersnap kann ich hier machen. Und den Thanos schlipsen. Oh, ja. Oder, ey, Loser. Aha. Einfach ein Loser-Dance. Du bist ein King. Und Vitamine ist ein Loser. Loser. Oh, ja. Und ich würde sagen, Freunde, das soll es gewesen sein. Ich würde sagen, zum Schluss, ab geht es mit dir ins Gefängnis. Nein, nicht ins Gefängnis. Oh, doch, doch. Schön runter mit dir. Runter mit dir, hab ich gesagt. Ich bin gleich raus. Ich denke, weil das soll es gewesen sein. Wir waren jetzt wirklich mal Vitamine und ich. Hey, hey, hey. Stehen geblieben hier. Einmal als riesengroßer Mann. Mit riesengroßen Händen am Start. Und haben uns einfach jeweils den anderen einfach kontrolliert, ey. Da ist er wirklich zu, zu lustig. Und kein Schritt näher. Hast du verstanden? Hallo, kann mich jemand nicht wieder rausholen? Ja, du kriegst Mülleimer hier. Los, entsorg erst mal den Müllkollege. Und dann würde ich immer sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, wow. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann verpasst du auch, ey. Keine weiteren coole Videos mehr. Oh, ich hab die Knarre. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Ja, ich hab das Schweinchen. Und dann bist du auch ein Teil der Celtics-Havi. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.